Hallo, kann jetzt jemand hier die An-Moderation machen? Echt mal An-Moderation? Hallo und herzlich willkommen, heute spielen wir mit Hubertus Haier, Feenrich 1, Lexi und den anderen Gane. Wir haben heute einen starken Tag und jetzt muten wir uns alle, vor allem der Conny S., der kann nicht mal dick muten. Ja, heute spielen wir wieder Among Us. Heute ist mal Tim dabei, den hatten wir, glaube ich, hatten wir den ehemals dabei? Ich glaube, das ist heute sein erstes Mal Among Us. Glaube ich, können ihn ja gleich nochmal fragen, aber ich meine schon. Unten steht Bad, jetzt ist wieder Fein, Nice. Und wir spielen heute eine andere Map. Nee, Junge, Lexi, war's los. Es war nicht Tobi, obwohl, warte, wo war das? Lexi war's auch nicht, wie sehen wir es nicht so rumgelaufen? Wo war der denn? Okay, dann können Lexi und ich es nicht gewesen sein. Nee, Tobi war's nicht. Ich war im Office. Lexi auch nicht. Ach so, ich war krass schnell. Ich habe meine Aufgabe gemacht. Wer das ja noch gar nicht gesagt hat, ist Leon, Leon. Ja, soll ich dir sagen, wo ich war? Ja. Ja, das möchtest du wissen. Ja, jetzt kommt die Geschichte. Das ist Essen, was bei so warst du. Ich war da in diesem hier, ich weiß nicht, wie der Raum heißt, dieser Tischraum. Also rechts da oben in dieser, da wo man gucken kann, wer noch am Leben ist. Wer hat die Taschen aus dem Leben? Ich war gerade auf dem Weg zum, äh, hier, Knopf, um draufzudrücken. Und wieso wolltest du drauf drücken? Weil ich gesehen habe, dass es gar nicht tot ist. Ach so, natürlich. Auf dem Bildschirm. Aber ich bin beim Tischraum gewesen, weil ich seine Aufgabe gemacht habe. Ich habe ja keinen gesehen. Ja, das muss ja nicht gleich sein. Vielleicht war es doch ein falscher Tischraum. Wir können uns den Tischraum jetzt mal ankommen. Wer hat denn das Licht aus, äh, angemacht? Äh, Lexi und ich waren das. Ach so, okay. Ja, sie können mich nicht entscheiden, was gebaut. Aber ihr hättet es theoretisch davor sein können, oder wart ihr da auch zurück? Nee, nee, nee. Nee, wir sind gerade zusammen rumgelaufen. Wir konnten ihn nicht gekillt haben. Außer Lexi ist halt Flash, weißt du? Ich habe Lexi, glaube ich, für eine halbe Sekunde, außer... Kurzzeitig nicht gesehen, aber dann wäre sie deutlich später. Genau, es gibt nur einen. Ja, ich bin für Skid. Ich habe keine Ahnung. Ist der Tanker, Elgranger oder Aileen? Ich glaube, Tobi irgendwie nicht. Ich glaube, Tobi noch nicht. Okay, ja, hä? Ja, Alexi, du, du, du. Ja, aber ich war ja rechts und ich lieg. Weil du redest immer... Naja. Ja, ich rede immer. Irgendein Schwachsinn. Schwachsinn. So, hier. Ich muss meine Aufgabe hier unten machen. So, okay. Also, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich in der Aufnahme sehen könnte, wer da hergelaufen ist. Weil die Taschenlampe... Äh, die Taschenlampe... Mann, ich will nicht immer Taschenlampe sagen, aber irgendwie... Kommt das automatisch, Leute? Ich weiß auch nicht, wieso... Was ich mit dieser Taschenlampe habe. Vielleicht von Dead by Daylight, Leute. Das kann natürlich gut möglich sein. Oh, ich hasse das. Aber egal. Wir ignorieren das. Wir müssen hier Tanki, Tanki hier holen. Rausholen. Ich schaue nebenbei außerdem Harz und... Herzlich. Denn ich muss ja gleich Love Island kurz schauen. So, erstmal machen wir hier wieder alles voll. Fuli, Fuli, Falli. Wir machen vielleicht jetzt... Also, wenn es unter 10 Minuten ist, das Video... Dann machen wir einfach noch eine Runde drauf. Ich würde gerne da rein. Ah, danke. Ach, nee. Lelelelele. Ich muss ja hier hin. Hier muss ich ja hin. So, zack. So, woher muss ich? Och, ich muss schon wieder da rein. Leon, ich habe ein bisschen Angst vor dir. Geh mal weg. Hä? So, den befinden wir jetzt wieder. Und dann... Ich glaube, ich muss gleich noch mal zur Dusche gehen. Ich glaube, da... Äh... Ist so Wasser. Da kommt doch Wasser raus aus dem Ding. Glaube ich. Muss ich gleich mal gucken. Äh, ich frage mich, ob überhaupt noch jemand lebt. Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin auf jeden Fall links. Oh, guck mal, ob jemand... Nee. Ähm... Man kann doch ganz links was machen. Also ich war... Und mittig links. Und dazwischen beim Labyrinth lag oben. Ja, das war El Krangra. Ja, das ist der Labyrinth. Ja, dieses kleine Ding. Ich war bei der Aufgabe oben. Was für ein Labyrinth? Ach, du meinst die Aufgabe Labyrinth? Die Aufgabe Labyrinth. Ja, so ist so. Ist das nicht recht? Ganz kurz, wer ist der Tanker und wer ist El Krangra? Leon ist der Tanker. Ich bin El Krangra. Leon ist der Tanker. Lüft doch nicht, Lexi. Und Moritz ist der Krangra. Also... Also... Ich war mit... Weil irgendjemand... Ich hab die Aufgabe oben rechts gemacht. Irgendwie jemand war bei mir. Wer war das? Was für eine Aufgabe? Nein, die... Nicht die Aufgabe, sondern... Ich hab das Ding striktiert. Ja, du mein Dingskreis. Sabotage. Ja, da war ich gerade eben. Ich war beim linken Sabotage-Ding. Ich war mit dem linken beim rechten. Ich war vorher war ich die ganze Zeit mit Moritz. Oder ziemlich lange mit Moritz. Ja, da muss ich auf jeden Fall gesehen. Ich glaube nicht, dass Lexi ist. Keine Ahnung. Hä, Tobi und ich... Konnten den ersten Kinn nicht mehr. Ja, das weiße... Das kann man sich auch abwarten. Du kannst ja auch abwarten. Also... Vielleicht hast du ja vorher... Nee, aber... Aber... Tobi hat ja gesagt... Ja, offensichtlich... Hey, ich war drei Sekunden, meinte er. Ich war drei Sekunden, meinte er. Ich wollte 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 drei Sekunden reichen, so. Nicht machen. Das Ding ist... Bei... Wo... Wer hat... Lexi, du hast reportet. Wo war der Body? Bei dem kleinen Labyrinth Teil, aber bei dem, was... Äh... Sehr weit links ist. Also zwischen dem... Was... Ich war ja ganz unten und dann wollte ich da hoch und bin über Tobi gestolpert. Ja, das ist ein gut. Gib mal auf euch, ey, Mann. Nee, also das ist ne Frechheit. Du bist nach links gelaufen. Wie geil! Wie geil ist das, Bab? Du bist nach links gelaufen. Du bist nach links gelaufen, Leonie. Das ist connected. Und... Oh mein Gott. Einmal geworden. Ich bin einfach Profi, weißt du? Weil ihr alle nicht... Also Leon hat selber nicht gevotet. Sollte sich doch nicht ärgern. Er hätte ja schnell gegenvoten können. Oder skippen. Oder skippen. Ja, hat niemand gemacht. Ach, warum ist denn Tobi? Ich hab geskippt. Nee, du hast ja nicht geskippt. Doch, ich hab geskippt. Ja, du musst aufs Skippen drücken. Du hast auf nichts gedrückt. Ich hab vielleicht nicht mal ne Zeit geschafft. Ja, ja, das hat dich halt auch. Dann fehlt nur doch der Tanker. Glaubt ihr, der kommt gleich wieder? Nee. Das, ich glaub schon. Wollen wir machen, der kommt ja wieder. Haben wir jetzt hier einen festgescheucht? Ja. Super. Das kann gleich in den Titel hier oben. Oh, leichts. So, okay. Wir sind im Poster. Wir gehen einfach mal hier rein und gucken. Oh. Oh. Uh. Das ist jetzt nicht so gut. Okay. Oh Gott. Lexi. Lexi. Lexi, Lexi, Lexi. Oh, hallo. Oh, hallo. Leute. Fenris ist da. Okay. So, wir stellen uns mal hier ran. Machen das. Licht aus mal wieder. Guck mal eben hier unten. Da ist keiner mehr. Da ist Alden. Da ist Alden. So, wir warten hier mal kurz. Okay. Ja, geh ich hier unten. Geht da da rein? Alarm. Alarm. Ich war bei Conny. Ähm. Äh. Soll man denke ich mal im Autorum. Ja. Ich bin eben auch. Ich bin die ganze Zeit durch links lang gelaufen. Lauf nach rechts. Weil ihr bestimmt wissen, wo der Body liegt. Weiß nicht jeder. Ich hab Moritz gar nicht gesehen irgendwie so. Keine Ahnung. Ich hab Moritz auch. Ich glaub kurzzeitig hab ich ihn einmal gesehen. Einmal ist er bei uns rumgetollt am Anfang. Danach war er nicht mehr zu sehen. Also ich war echt. Ich würde mich wundern, wenn es Conny oder Aileen gewesen wäre. Der war direkt vor dem Tor rechts. Zu diesem zweiten Gebäude. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also Moritz hab ich rechts gesehen. Ja, ich weiß. Wie. Ich bin die ganze Zeit links rum gelaufen. Du auch. Tim eigentlich auch. Ja, warte. Erstmal. Moritz, wo warst du? Also am Anfang bin ich nach rechts gelaufen. Dann bin ich durch diese Schleusen gelaufen. Dann bin ich unten wieder rausgegangen. Dann bin ich äh. Dann hab ich Fenrich und. Weiß ich nicht gesehen. An diesem Baum. An dem Baum wo ihr wart oder so. Hast du den nächsten gesehen? Ja. Und danach bin ich. Hattest du da eigentlich ein Task an dem Baum da? Nee. Okay, raus mit dem. Aber ich hab euch durch dieses Fenster gesehen. Dann hab ich geguckt. Wer Commentarsk nicht hat. Den kann man auch rauskicken. Wow. Ehh. 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 Und ich glaube es war ein Commentarsk. Wenn nicht, dann tut's mir leid Moritz. Ehh. 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 Das war echt Pech. Nee, nicht Pech. Das ist eure Schuld. So. Leute. Ich hab... Alter ne. Meine Lust ist heute wieder im Keller. Ich geh jetzt hinter Conny her. Und beobachte ihn. Okay. Danke Conny. Wow. Danke Conny. Ich bin gespannt. Wer mich hier gleich reporten. Das ist natürlich wieder ne super Runde ne. Ja. Super. Ich mach die Chance auch nicht. Mir ist auch egal. Dann soll Conny gewinnen ey. Mann ey. Mann ey. Oh. Ich ruf Conny an. So. Wir rufen jetzt live Conny an. Und fragen was soll das. Ja. Das machen wir hier. oyo hinhin. Dü- Nin. Dü- 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 Dü. Ich wähl nun noch. Leute. Dü- Dü. Ach man. Wähl doch mal hier. Conny. Nimm doch an. Nimm do an. DüES. Dü-ü-ü-ü-ü-ü-Ü-ü-ü-ü-üü-üü-üüüls. Mensch gebe mal das quasi ein bisschen Runde. cubes habe kein Schlag hacen den cup momentlos. einfach nicht ich dachte wir kommen es ist doch keiner so dumm und geht da in den raum und dann geht er da einfach nicht rein dann geht er einfach da rein leck alarm also wir waren zusammen es muss euch koninkern muss nicht sein vielleicht kann auch schon lange tot sein noch ist doch eben noch bei den beiden umgelaufen ich hab mir also mord habe ich nicht gesehen aber lexi war eben noch was hast du vorzubringen ich ihn ganz als cyber tumore gesehen habe das ja was erwähnt hast du gewartet ja es gibt es gibt mir sehr komplett du ja du hast eigentlich der letzte noch bei lexi gewesen es könnte auch schon gewesen aber ich glaube nicht man könnte aber aufhören immer zusammen herum zu laufen wir haben heute ich hatte unten glaube ich fünf tasks und hier habe ich am anfang gemacht habe ich auf dem gehören bin ich auf dem getroffen haben dann haben wir sie dann zusammen gemacht billigerweise dicken schneider wird leute hab eigentlich schon also irgendwie ist meine lust heute im keller weil leon weg ist denn zur fünft macht das spiel weiß ich nicht nicht ganz so großen sinn aber vielleicht kommt der spaß da ich noch irgendwie aber ich bezweifle ist bei so vielen tasten ist schon war das ist nicht so toll ich habe ja auch keine luste die aufgaben zu machen ist lexi eigentlich die afg ich gehe mal zurückgucken an den lexi lebt noch lexi lebt noch lexi lebt noch stirbt nicht hier habe ich habe ich eine leiche gefunden ach poni hat gedacht er lag ganz links in der nähe von diesem bildschirm also ich war auch bei security ich war auf dem weg zur rechten sabotage ja von wo aus ja von der mitte aus ungefähr im office in der mitte und moritz wo warst du ich war am am anfang ganz rechts und damit links gegangen hat lexi gesehen dass ich danach links gegangen der lexi und ich war neben oben rechts eingeschlossen ja gut das letzte jetzt in sich darüber teleportiert hat aber sonst würde ich uns bei der ausschließen also ich habe meine aufgabe gemacht welche denn ich habe erst die oben gemacht also die links aufgabe die mit diesen kabel in die aufgabe so du meinst kabel legen genau und moritz so lange er keine rohre verlegt habe rechts keine ahnung gab was ich gemacht habe ich würde ja für moritz worten von der lächer vom lachen von poni ausgesehen weil er inspiriert aber mache ich nicht also ich gebe ich habe keine ahnung ich wollte das wäre so sehr jetzt aber da ist nur lukas konny wo wenn sie nur rein wenn sie noch da sind er kann auch das passwort leon eingeben also wir sind noch in der runde du kannst du erst mal hallo sagen alles klar ich habe gerade mein ja entschuldigung hallo ich habe meine ich bin so schlecht und das zu recht da gehe ich nicht hinterher rein möchte mal im unten gucken ob da ne leiche liegt und hier unten ne leiche ne ok ich dachte ja vielleicht ist lexi tot oder irgendjemand aber scheinbar nicht hier müssen wir hoch 25 jetzt wird es natürlich dumm von ich weiß es nicht ich hätte mir den namen anschauen sollen irgendjemand ist vorhin mit lexi herumgelaufen ich glaube ich zu sein lex also wir waren bei diesem kartenscan ding damit ich nach rechts losgelaufen und lexi und moritz nach links ich wollte schon hinterher noch wer ist gefunden da ging das licht wieder an also nehme ich mal an ich bin als erstes davon weggegangen als das licht ausgegangen wird auch moritz sagen willst mich verarschen tim lächerlich wer entgegen gekommen als ich da lexis leiche gesucht habe aber ich habe sie nicht gefunden ja weil ich das bemerkt habe dass jemand gestorben ist die frage ist ob es moritz schon wieder ist also dies war tatsächlich ich bin ja richtung lampe gegangen also nicht dann habe ich nicht das gemacht hast du auch diesen pass gemacht wo du dir wozu sozusagen bei der ding scannen muss dieses vierkige passteil denn das dichter dort hast du das auch gemacht habe ich nicht gemacht ich habe moritz gefragt ich habe gefühlt noch gar nichts gemacht ach so deswegen ich habe für fanrecht gewollt dass der mir entgegen kam aus den erinnern raus mit ranger was ich bin wirklich so gut ich bin der beste imposter der welt ich habe gemerkt dass jemand tot ist alter ich habe mich das gibt ja im gerät für ich dachte dass er das kennt ich dachte weil toby die ganze zeit nicht raushaben wollte ich habe aber auch so gute kehlpunkte gefunden ja aber du bist doch mit lexion recht viel tool naja